Guten Morgen, YouTube! Ja, ähm, erst mal in die ersten Rede. Ich befinde mich gerade in Freiburg, ähm, flieg in 4 Stunden los, ähm, nach Toulouse, zur ICS. Deswegen dieses Video kleinere Info-Update für euch. Wer bis heute mir die Trades noch nicht alles zukommen lassen hat, der muss leider noch warten, weil ich erst Dienstag wieder in München bin und dann wahrscheinlich frühestens Mittwoch die ersten Trades wieder rausschicken kann. Das heißt, alles, was ich bis heute nicht hatte, geht heute auch nicht mehr raus. Und, ähm, tja, Toulouse werde ich wieder viele Videos machen. Ihr, äh, bei dem Video letzte Chance in die Kommentare reinzuschreiben, was ihr für Videos von mir haben wollt, also Deck Features, Openings, irgendwelche Profiles, was weiß ich. Ich glaube, ich werde eigentlich so gut wie alles machen können, außer Featured Matches, weil sie einen da irgendwie nicht filmen lassen und sie Faxen machen. Konami ist halt gut auf einen. Ähm, ja, schreibt es mir in die Kommentare nochmal und, äh, sonst erzählt mir einfach, was wollt ihr von mir aus Toulouse an, äh, Updates da fahren. Ansonsten, ich werde dieses Mal kein Rabbit spielen, ich hoffe, ich komme Tops. Schauen wir mal, was so geht. Das wäre jetzt, das war's schon von mir. Das war's schon von mir. Ich werde das, das war's schon mal.